Ich muss Ihnen was Wichtiges sagen. Wir treffen uns in 20 Minuten in der Stadt. Wem sprichst du da? Wieder mit dieser Paulin? Ich gehe jetzt zu ihr und sage Ihnen was. Was willst du nicht tun? Sie sind betrunken. Ich war noch nie so klar. Es gibt keine andere Lösung. Wir müssen es ja sagen. Nein, Herr Winkelein! Willst du sie umbringen? Und auch draußen begraben? Platz genug ist ja im Hof. Gib die Flasche her und red nicht so mit mir! Warum? Es wird alles an die Tar kommen. Da. Was ist das? Die Mütze von den Polen. Hat Hasso ausgebuddelt. Das kommt davon, wenn man heimlich Leichen verscharrt. Jetzt lass mich gehen. Renni, geh! Renni, geh! Renni! Alles kaputt! Renni, geh! Renni, geh! Renni, geh! windows undgia. Dichter!